Hey Johannes hier für NBB.com und ich befinde mich gerade auf der Gamescom 2022 hier in Köln und ich bin hier gerade bei Corsair, die ein echtes Highlight mit dem Gepäck haben und zwar den Corsair Xenon Flex 45WQHD 240 OLED Monitor. Das Ganze ist nicht einfach nur ein OLED Monitor, die Besonderheit, hier ist ein neues OLED von LG Display verbaut und wir haben hier zwei Griffe an der Seite, damit kann man den Monitor biegen und so aus einem flachen Monitor einen Monitor mit 800R Krümmung machen. Als ich den Monitor das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum hier links und rechts Haltegriffe sind. Ist es zum Tragen? Nein, das Ganze ist dafür, dass wir den Monitor einfach biegen können. Das ist möglich durch einen neuen flexiblen OLED von LG Displays, der hier verbaut ist und so können wir, wie gesagt, auf Wunsch einfach einen flachen Monitor in einen Curved Monitor verwandeln. Schauen wir uns einmal die technischen Daten an. Es ist ein 21 zu 9 Monitor mit 45 Zoll Diagonale und wir haben hier eine WQHD Auflösung von 3440 mal 1440 Pixel. Außerdem ist das Panel auch sehr flott. Wir haben eine Bildwiederholrate von 240 Hertz mit einer Gray-to-Gray-Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden und einer Pixel-On-Off-Reaktionszeit von 0,01 Millisekunden. Der Monitor unterstützt auch Nvidia G-Sync und AMD FreeSync. Außerdem hat er auch noch eine Antirefektionsbeschichtung und reduziert damit auch noch blaues Licht. Das Auto-HDR unterstützt bis zu 1000 Nits Helligkeit und das Panel deckt 99% des DCI-P3-Farbraums ab. Werfen wir auch einen Blick auf die Anschlüsse. Auf der Rückseite haben wir hier zweimal HDMI 2.1, Displayport 1.4, zweimal USB 3.2 als USB-A-Port, ein USB-Type-C mit Displayport und ein USB-Type-C-Upstream. Auf der Vorderseite haben wir hier unter dem Display zweimal USB 3.2 als Typ-A-Ports, die dann leicht zu erreichen sind für euer Zubehör, Maustastatur, Headset etc. und auch noch einen 3,5 Millimeter Audio-Port. Außerdem befinden sich hier vorne auch die Bedientasten. Ein Preis wurde noch nicht genannt und bisher auch noch kein festes Release-Datum. Es wird aber wohl 2023 auf den Markt kommen. Und ich muss wirklich sagen, für mich ist dieser Monitor eines der Gamescom 2022 Highlights, allein schon, weil es eben so eine coole Technologie ist. Es ist halt dahingestellt, ob man einen Monitor braucht, den man biegen kann. Aber ja, von der Technologie her ist es schon wirklich sehr cool und definitiv ein Hingucker. Und das war mein Video mit dem neuen Corsair Xenon Flex 45W QHD 240 OLED Monitor hier auf der Gamescom 2022 in Köln. Vielen Dank fürs Zuschauen!